Die Sanktionen Haben Sie schon von Einbahnbrücken gehört? Wohl kaum. 60 B-29s sind in einem langen Rang-Flighttraining-Programm. Oder kommen sie nach Hause? Hierbei sind sie die ersten Namen. Willkommen, Joe. Für alle Gründe sind wir glücklich, dass Sie sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Sanktionen To carry that out, a registration has been called starting on the 30th day of August. All men between 18 and 25 will be required to register. I repeat, all men, this includes veterans as well as members of the National Guard and the Organized Reserve of the Army, the Navy, the Marine Corps, and the Coast Guard. In conclusion, I want to again repeat that everyone must register. You may go to any local board, anywhere, but be sure and remember to give your place of residence.